Eine kurze Gitarrechse, eine ganz kurze Verschnuffpause. In diesem Moment möchte ich kurz nutzen. Das ist Pascal, unser neuer Schlagzeuger seit einem halben Jahr dabei. Des Weiteren. Wir haben gerade die Aufnahme von unserer neuen Demo-CD abgeschlossen. Everlasting Sits. Und im nächsten Jahr ist das neue Album in Planung. Dankeschön! Okay, let's go! Okay! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018